So, willkommen zu einer neuen Runde. Zur gewohnten Stunde, wollte ich gerade sagen. Ist ja schön hell hier. Oh, ich glaube, wir sind schon sehr nah dran. Ich glaube, hier ist das Wasser flach. Hier sind nicht so viele... Wie heißt der nochmal? Wasserteufel oder so? Genau. Echt verdammt neblig hier. Ich habe die Situation mal geklärt. Ja. Oh, hier ist es schon. Oh, die ballert schon im Hintergrund. Ja, was ist das? Wir haben bestimmt viel Freude mit denen haben. Ja, auf jeden Fall. So. Genau. Nächste Ziel. Die sind hoffentlich heute alle ganz gut drauf. Am Sonntag ausgeruht, ausgeschlafen. Ja. Lassen wir uns auch mal hier bemerkbar machen, damit die wissen ja, dass wir kommen. Genau, wir trampeltiere. Endlich. Wir sind mal getroffen, Abi. Ja, Saatmutti. Ach nee, wie heißen die? Schwammmutter. Schwammmutter. Schwammmutter, genau. Ich kann's... Ich glaube, ich merke mir jetzt einfach mal Abwaschschwamm oder so, dann kann ich mir das merken. Genau. Schwammmutter, genau. Du bist ja... ein paar, ähm... ein paar Eselsbrücken bauen oder so. Ich glaube, das gibt auch ganz gut Punkte, wenn man die ab und zu mal ein bisschen umnietet, ne? Ja, wir könnten auch so eine Runde machen, dass wir einfach durch die Gegend laufen, die Viecher killen, bis wir keine Munition haben und dann rausrennen. Ja, das wäre auch eine Maßnahme. Das gibt auch gut Kohle bestimmt. Ja. Keine Ahnung. Ich höre sie ballern. Hält der irgendwie mehr aus, der war ja... Ja, noch mal, also fallen die doch mal gleich um, irgendwie. Hm. Musst du ja gleich mal nachladen wieder. Hm, hm. Oh, ich habe es geschafft, mal aus der Nähe daneben zu schießen und dann, ähm, wieder. So, wo ist denn eigentlich unser... unser Ziel hier? Oh, das war mir ziemlich nah, oder? Ja, das war ich. Ach du, okay. Das war auch nah und das warst du. Ja. Aber das war ich nicht, das sind jetzt die anderen. Okay, dann sind die hier rechts irgendwo, ne? Das sieht so aus. Können wir mal Lucky Lucky machen. Ich glaube, ja. Weiß aber gar nicht, wo die langlaufen, ne? Das ist immer das Problem. Das laufen wir in unserem Tod wahrscheinlich. Und das kann schon sein, das wäre nicht ungewöhnlich. Oh, ich glaube, da hat einer auf mich geschossen. Aber hier ist auch eine Saatmutter. Boah, es gibt noch eine irgendwo. Ja, ich sehe sie gerade. Hast du sie? Ich habe mich gerade mal darum gekümmert. Gut. Und die hat es mir richtig besorgt. Ja, ich habe ihr mal ein bisschen das Leben ausgehaucht. Ja, jetzt hört man niemanden mehr, ne? Nee. Ah, oben auf dem Dach läuft Anna lang. Ja. Scheiße. Hat sich verkrümelt. Bin getroffen? Ich kann sein. Ah, da hinten. Das kommt nochmal nach vorne. Oh, dass sie immer treffen müssen und ich nicht. Die sind echt nicht. Ja. Wollen wir nochmal nachladen hier. Kleine Spritze geben. Ne? Falls nicht, dass ich beim ersten Schuss gleich wieder draufgehe, wenn er mich trifft. Warte, ich treffe den gar nicht. Ich auch nicht. Voll zu zweit am Ballern. Kein Schwein trifft den. Genau, wir kriegen es irgendwie nicht hin. Oh, geiles Gefecht. Scheiße, jetzt muss ich Knarre wechseln. Oh, ich geh mal ein bisschen vor. Es kann auch sein, dass die Reichweite nicht ausreicht für die Knarre. Ja. Glaube ich hab ihn erwischt. Ja? Ah. Wischst du auf dich noch? Ich auch. Äh, äh, er mich auch, mein ich. Ach, scheiße. Den hab ich gar nicht gesehen, wo der ist. Ab, bist du auch tot? Ja, ja. Ich bin neben dir, weil ich nicht wusste.